Jo Leute was geht, Willkommen zu neuen Re-React, ja Re-React, genau Re-Action Video Freunde, heute mit von Rezo, Bella Barzong mit Julien Bam plus Community, ja, ja Freunde, die Reacts werden jetzt wieder so richtig starten, Freunde, schreibt mir in die Kommentare, was soll ich als nächstes zu reacten, und ich probiere jetzt, an jedem zweiten Tag ein neues React Video hochzuladen Ha! Geil! Nein, doch! Ah, ist das laut! Wow, wie leh! Okay, bis gleich, ne? Ah, ist das laut! Alle wollen Clicks mit Skandalen und mit Disstracks Oh ja Geil, geil, geil Ehrlich? Das ist ja erbärmlich, dabei braucht man doch nur Posi-Stimmung, ein paar coole Leute und vielmehr nicht Bei einer geilen Community ist sowas inklusive Alles ne Frage der Perspektive Wir steigen auf immer höher, weil niemand uns selbst Ey, ich find einfach wirklich ganz ehrlich, die Lieder mit Julien Bam sind einfach der Hammer, Freunde, wirklich der Hammer Werden niemals erwachsen, ganz egal was sie erst sehen Und ist der krasse YouTube-Beep wieder am Start Scheißegal, ich chill in meinem Bellenbart Oh 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 Okay, das ist geil, das ist geil Und ich chill in meinem Bellenbart, in meinem Bellenbart Oh 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 Und ich chille in meinem Bellenbart, in meinem Bellenbart Was? Was? Nein, Freunde. Jetzt bevor es alle tun, liken nicht vergessen, Rezo abonnieren und wenn du schon dabei bist, die Glocke aktivieren. Blau ist der Himmel und gelb die Biene. Ich kann nicht reimen, junge Waschmaschine. Solange ihr stark sind, solange uns hate egal ist, jeder einzelne auf seine Art und Weise einzigartig. Bei einer geilen Community ist sowas inklusive. Alles ne Frage der Perspektive. Wir steigen auf immer höher, weil niemand ums hält, werden niemals erwachsen, ganz egal was wir России Auf dem Beat, mega geil acept. Der krasse Youtube-Beat wieder abschad. Scheiß egal, ich chill' in meinem Bellebad. Oh, 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 oh! Und ich chill' meine Bellebad in meinem Bellebad Oh, 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 oh! Und ich chill' in meinem Bellebad in meinem Bellebad Jaaa! Perfekt, das wollen wir gar nicht sein Doch wenn wir zusammen sind, sind wir weniger allein Einfach mal Träume erleben Was kann es Besseres geben? Und wirklich auch die Texte, wo sie schreien, die passen einfach so zum Bieter sein So geil, Alter Was kann es Besseres geben? Oh yeah Geil Hey Freunde, das war mega geil Ganz ehrlich, das war so nice Wirklich der Beat, ey so geil Aber und der Text ist eigentlich der Hammer, Alter Wirklich Freunde Das, der Hammer, wirklich so geil Freunde, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da Abonniert diesen Kanal, um keine Reakt mehr zu verpassen, Freunde Und dann schreibt mir in die Kommentare, was soll ich als nächstes zu reacten Und sonst war es das von diesem Video Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da Lasst mir ein Abo da Und danke nochmal für 900 Abonnenten, Freunde Wir sind auf dem richtigen Weg Ich hoffe, dass ihr das auch schon bald mit dem Gaming Kanal Natürlich, falls ihr den Gaming Kanal noch nicht abonniert habt Macht es gerne Link unten in der Beschreibung Und sonst geht auch einfach auf den Kanal Und ich glaube oben auch irgendwo einen Kanal verlinkt Und sonst bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao 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 Ciao